hier die mississippi 1 zu 35 aber nur die schornsteine der rechte leuchtet gelb und links flimmert er rot soll so ein schöner effekt geben wenn der dampf da oben raus kommt dass das angestrahlt wird gehen wir mal zum oberdeck weiter hier flimmert es auch ordentlich hier sind glaube 20 leds verbaut flimmert rings rum und mal die tage tiefer da ist noch nichts aber jede fenstertür wirkt noch mit licht versehen natürlich hier auf der etage auch da sieht man schon mal eine lampe oder zwei die müssen noch angemalt werden gehen wir noch eins tiefer und hier sieht man im maschinenraum der flimmert natürlich schon schön wie es sein soll und das geht schön hier hinten weiter am heck und hier noch zuletzt haben wir mal das ganze modell wenn ihr wisst aber jeder kennt sie mississippi wir sind wir sind wir sind Vielen Dank.